Ich bin der Wachter Sieghardt, ich arbeite im Zementwerkenbeschreiter in Vils, ich bin auch Bürgermeister im Musau und mein Thema ist Arbeiten, alte Arbeitnehmer und deren Arbeitserleichterung. Ja, grüßeng, ich bin der Blas Günther, ich komme vom Eber Kreute, bin auch Betriebsratsvorsitzender seit 20 Jahren, bin Bürgermeister von Holzkau im Lechtal und bin für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region außer fern zuständig und da geht es hauptsächlich darum um die Bildung, vor allem für unsere jungen Leute im Bezirk und auch der Verkehr ist ein wichtiges Thema.